Hallo Leute, wir haben es jetzt 21.21 Uhr und ihr habt Zeit bis 0 Uhr zu voten, welches MMO ich als nächstes hochlade, weil der letzte Teil von Ezra Saga Online ist gleich hochgeladen. Zur Auswahl steht Nostale, Lartale, Loom, Raiders Online, Terra und Roche Online, die stehen zur Auswahl. Selbst wenn du meine Let's Plays nicht guckst, würde ich mich freuen, wenn du damit abstimmst, weil ich kann mich echt nicht entscheiden. Wenn du ein ganz neues MMO sehen willst, was ich hier nicht aufgezählt habe, schreib es mir und ich Let's Plays. Bis dann, euer GameMogul. Ciao, ciao. Ganz vergessen, Order of Magic, die brasilianische Version steht auch mit zur Auswahl.